Kamera ist wieder mal abgeschmiert. Wie hießen die früher? 608 Mercedes 608 608 Zum Beispiel 608 Das kann ja doch Abstand halten. Sehr schön. LKW überholt, oder? Die soll vorne schleichen. Ja, ja, ja. Blöde Kamera, bitte. Das scheiß Teil. Das bringt ja nichts, wenn ich jetzt noch mal reinfahre. Und dann wird häufig ein Elend hier ziemlich schnell näher kommt. Das ist schön drin mit an Silo, Aufbau, Fußbombs. Klingelingeling, Klingeling. Klingeling, Klingeling, Klingeling. Hier kommt der Klingeling. Der Nürburgring, Klingeling. Komm, lasst uns mal auf den Nürburgring, Rohltal-Ost, pro Runde 30 Euro oder so, oder war es mehr? Das ist ja auch real, Burstinger Sebastian. Jetzt ist es wieder wohl verfüllt. 21 Kilometer. Hm, ich esse noch mal Gummibärchen. Ziemlich weich geworden, die Fische. Nein, Platz A. Platz A, nicht, aber ein Hai. Ich hab mal Haifisch. Guck mal, ein Haifisch. Er wackelt noch. Rohltal, 1000 Mega. Hier an den Ding, ey. Fressende, die geht. Und nur der Hai ist nicht gut. Oder ist das vielleicht doch ein... Ne, das ist ein Hai, der Vieh. Da steht aber drauf, Haifische. Haifische. Ah, fürchterlich. Der Boruch ist ja da, ja. Der Boruch ist ja da, ja. Von den Prodegen. Ganz überholen. Ganz überholen. Komische Geräusche. Ach, komische Geräusche. Ganz komische. 17 Kilometer geradeaus. Ja, ist noch mal. Kennzeichenbeleuchtung. Bis wieder. Ich dachte, das sind wir hinter uns. Was ist denn? Ja, das ist ein Kohltal. Ja, das ist ein Kohltal. Entschuldigung wieder. Es ist weg. Es ist weg. Lieferverkehr frei. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Fahren wir gleich 70 auf der Bahn. 70 Kilometer. 73 Kilometer. Jetzt gibt es auch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Aachen 15, Köln 78, Bonn 39, 15 Kilometer, 20 Kilometer gesamt. Sagen wir dem Autofahrer, er muss, er muss, muss er so, halten darf er Abstand halten, er muss es, wenn der Vatermann bremst, muss er bremsen, also immer den gleichen Abstand, egal was da auch kommen mag, und wenn die Hölle zufriert, er muss Abstand. Ne, also, das funktioniert nicht, da macht es Blips, das Gerät, das Gildo hat, das sollte nicht mehr aufzublitzen, garantiere ich. So wird die Autobahn schnell irgendwann richtig leer sein, dann werden nur noch ein paar Berufskraftfahrer übrig sein, und eine Handvoll Autofahrer, die die Abstand halten. Diejenigen, die ihren Lapp noch nicht abgegeben haben. Ganz einfach. Wir bleiben auf der A61, die zwölf Kilometer. Warum auch immer. Die E-Marken am Rhein. Die E-Marken am Rhein. Die E-Marken. Die E-Marken ist der A80-Wēng ein Malmacht. 1 trze 2021 in A ad adet801 in A61. W никаких viel hungry Appreciation ist be Facebook-izaçãok. Sie haben diese E-Marken am Rhein Dies convenient war. Arbeitszeit Ende desenizad Dam código ist immer mehr, bis dahin lang. Seit man nicht martin hat ihn. 9,9 Kilometer 3,50 Kilometer 2,50 Kilometer 2,50 Kilometer 3,50 Kilometer 3,50 Kilometer Der Motorradfahrer, wie sie das mit dem Licht einschalten, die wissen doch, dass es Pflicht ist bei euch. Aber der Fahrer weiß nicht euch doch ganz gerne. Aber hey, nicht mal ein Problem. Wenn es kein Licht braucht, kann man es sich nicht dazu zwingen. Ganz einfach. Acht Kilometer, die ganze im Gesamt. Der Motorradfahrer. 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 Der Motorradfahrer.